Guten Tag, TK und KC. Ich wollte ein Klarman-Geschichte-Video darüber machen, wie man sich anziehen muss, wenn man in Minnesota ist. I want to do a quick Klarman-Video on what you need to do when you're in Minnesota and it's still winter. Ich musste nach Minnesota, weil meine Großeltern sehr, sehr, sehr krank sind, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. I needed to go back to Minnesota, because my grandparents are very, very sick and sorry, that's a story for another day. Okay, but while I have you here, I want to show you what you need to do when you're in Minnesota to go outside im Winter, in the winter. So, zuerst, man braucht eine Mütze. Eine Mütze ist sowas. Okay, Mütze ist auf dem Kopf. Kopf, hier, Ohren, Nase, Lippen, Kinn, was noch, Augen, Augenbrauen, Bart. Okay, so, und was braucht man noch? Man braucht eine Jacke. Richtig, man braucht eine Jacke. So, hier ist meine Jacke. Okay, ich ziehe meine Jacke an. Alles klar. So, was braucht man noch? Es ist kalt draußen. So, if it's cold, what do you need? Ich habe meine Mütze, ich habe meine Jacke, Stiefel. Ich brauche meine Stiefel und Stiefel, Boots. So, gib mir eine Sekunde. Okay, gleich mache ich so. Okay, Stiefel. Okay, jetzt habe ich meine Stiefel angezogen. Aber es fehlt etwas. Ich brauche noch eine Sache, nämlich meine Handschuhe. Wisst ihr noch, was Handschuhe sind? You remember what handshoes are? Hand, shoes, Handschuhe? Oh. Na klar. Rechts. Und links. Rechts und links. Right and left. Okay, jetzt habe ich meine Handschuhe an, meine Mütze, meine Jacke und meinen Stiefel. Hallo, Magnus. Bist du bereit, nach draußen zu gehen? Willst du nach draußen gehen? Los geht's. So, jetzt sind wir bereit, im Winter in Minnesota rauszugehen. Los geht's. Ich habe euch immer gesagt, dass es sehr kalt ist in Minnesota. I've always said it's cold in Minnesota. Aber jetzt könnt ihr mir glauben, okay? Es ist sehr hell. Eigentlich hätte ich meine Sonnenbrille anziehen müssen. It's very bright. I should have put on my sunglasses, so it goes. Okay, jetzt seht ihr, wie es ist in Minnesota. Ich glaube, ich muss meine Kamera ein bisschen ändern. So, das ist besser. Das ist besser. Seht ihr? Sehr viel Schnee noch. Ja, ja. Immer noch sehr viel Schnee. Und Magnus, naja, der macht so sein Ding halt, ne? Und, oh ja. Bist, seid ihr bereit für einen Schneeball? Werd ihr hier, würde ich euch mit Schneeballen beschmeißen. Jedenfalls, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr bleibt warm. Und bis Montag, meine Lieben. Schönes Wochenende. Und ich hoffe, dass ihr gute Entscheidungen treffen könnt. Ich hoffe, ihr macht gute Entscheidungen. Habe ein gutes Wochenende. Und ich werde euch auf der anderen Seite sehen. Klar, man sagt Tschüss. Auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Warte mal. Oh, yeah.